der soll den führen meine ketten sieg ist fast tot ich fütter den mal mit fleisch ja ich habe so viel fleisch ich habe auch ganz viel prime das kann ich dann dem frosch geben wie viel prozent hat der belze buffo schon ich hab dem gerade schon ein paar prime gegeben okay der frosch will auch sterben welz buffo dann nehme ich mir mal eben kurz prime aber bei mir ob es da auch ein grüner frosch ich hoffe das war nicht der level was ist ich egal ist der falsche so wollen wir mal kommen da ist ein ei da ist ein ei habt ihr nicht befruchtet nicht befruchtet dann kannst essen so schön viel fleisch rein tun beim raptor ist richtig viel weiß gar nicht mehr nicht aggressiv auf keinen fall aggressiv sondern dein ziel angreifen aggressiv wird dein links jetzt killen genau ich habe alles am prime reingetragen was ich hatte aber guck mal der hat schon 49 den krimi richtig schnell ja hier nur aufpassen sakko sakko leute sakko müssen wir kennen den sakko ja ich muss erst noch meine munition wechseln wusste denn da ich bin da schieß mal einmal drauf tötet man direkt nice maschine immer mal gucken was drin ist manchmal droppen die vielleicht was ja brauch ich für einen sattel für das vieh du brauchst zement aber ich habe schon ein bisschen zement ja ich habe auch was da steht frosch gesammelt ja wenn du mir noch ich baue eben für dich den sattel ok ich habe eh das material da ja wir brauchen jetzt nur einen da brauchen wir für tim auch noch einen ja das ist ja kein eigenes kriegen den hier nicht gut zurück leider lebe schon ok ok Komm mal. Du findest immer eine Frosch-Stehensattel. Ja. Gerne. Habt ihr noch ein bisschen Prime, dass ich mich klauen kann? Willst du dir noch was anderes sagen? Ich hab mir da so ein Hörbar reingeschossen. Ja, ja, guck mal hier im Eventar von meinem Vieh ist nur noch einer, leider. Kannst du von mir was nehmen? Also auch von meinem Frosch da. Der war am Gezehnvater, gab's noch. Danke schön. Können aber auch alle zusammen auf den Graffer hauen, da kriegst du auch Prime. Die macht kaum Schaden und wir haben ganz viele Raptoren. Sollen wir das machen? Weil hier ist halt einer, aber wir müssen noch ein bisschen weg vom Frosch gehen. Ja, jetzt wird es gehen. Dem, glaub ich, alle meine Narkotikskrise geben, kann das sein. Also ich hab keinen Narkotikskrise reingetan. Ja, mit einem Frosch. Ja, ich hab da alle reingetan, das braucht's natürlich nicht. Okay. Sollen wir hier die Graffe killen, Leute? Ja, können wir machen. Okay. Bin bereit. Eins. Zwei. Zwei, drei. Drei. Oh, die haut ja schon sofort ab. Alter, stampf die. Hm. Oh, die ist ja. Ist ja blutig. Warte mal. Level 61. Guck mal. Weißt du, bis jetzt mal den, den, den Bronto-Dom abschießen, springt er dann runter? Zu uns. Ja, könnte. Können wir zum Brot schauen. Aber ich glaub nicht, dass er stirbt. Ja, glaub ich auch nicht. Er muss sich hoch genug. Weiß nicht, wie ein Bronto macht, du willst viel Schaden. Also da müssen wir schon gucken, dass wir dann im Notfall auch wegkommen. Wieso haben wir eigentlich Öl bekommen? Ich hab voll viel Öl im Inventar. Ja? Ja, komischerweise. Also die Krokodile oder sowas? Nein, ne? Nee, eigentlich nicht. Ah, der Frosch ist gleich fertig. Guck mal, der ist sogar grün wie Kermit. Also wenn das nicht ein perfekter Name ist. Hm. Sehr schön. Nice. Glückwunsch. Geht's dem Papagei? Ja, ist auch gleich durch. Schwarz-Lila. Nur 44, aber... Ja, es geht schnell mit dem Prime, ne? Bei den Papageien. Ja, ja. Vielleicht halt ich dir auch mal meine Augen offen. Das ist, glaub ich, gar nicht so verkehrt. Hm. Vogel zu haben als Begleiter, weil der macht dir dann doch schon viel Schaden. Ich denke mal, so kommt es halt auch auf die Masse an. Umso mehr Vögelchen man hat, desto mehr Schaden macht das ja dann wahrscheinlich. Die scheint es aber auch echt friedlich zu sein, ne? Oh, sie ist Schlange hinter dir. Oh ja, ich seh's, danke. Ich greif an. Sag zu sehen. Als das Schlange kam. Hm. Aber ich würde sagen, hier am Rand ist wieder eine gute Möglichkeit, ähm, dass wir uns hier so einen kleinen Schlafplatz bauen, oder? Wieder? Oder brauchen wir uns zurück? Ja. Hier halt direkt, nö. Wir brauchen uns mal wieder einen Schlafsack, ja. Ja. Ist das ein Hitman? Ja. Was macht der Hitman? Das ist der Papagei, der Kleine. Der tötet das, was ich ihm sage. Hoffentlich. Jetzt, oh, gern. Bitte? Hm? Hab ich das laut gesagt, oh? Ja. Das hört sich wirklich so an, als ob man das auch so sehen darf. Nein, das hab ich mit Absicht gesagt. Ich hab's nicht mehr gehört. Willst du es doch mal außer sehen laut sagen? Nix, nix, nö, nö. Ich habe mal im Frosch eure Schlafsäcke. Nimmt euch da mal einen raus. Danke dir. Klar. Ach, hab ich das laut gesagt? Verdammt. Das ist nicht witzig, wenn es nicht beleidigend oder gemein ist. Genau, alles. Naja, Wille zählt. So. Naja, man kann mal zählen nicht bei der Wille. Ja, das stimmt. So, ich muss ein extra Wursch da, aber Mensch, Lastag ist so. Okay. Dann wenigstens nicht an unseren Füßen. Ja. Okay, sind alle soweit. Jetzt können wir weiter. Wir finden noch den See von Kirk. Nee, da ist es hier nicht. So plötzlich auf der ganz anderen Seite der Map und dann... Ja, aber das meine ich eher so links da oben wieder. Wo der Pronto ist. Hier sehe ich gerade auch Schwierigkeiten. Hier kommen wir nicht gut durch. Nee, da war ich auch nicht. Das ist aber hinterm Sumpf hier, ne? Oh je. Passt wegen Blutregeln auf. Ja, hundertprozentig werden hier welche drin sein. Deswegen, ich springe einfach nur. Wobei, mein kleiner... Kettensäge wird wahrscheinlich nicht schnell genug sein, oder? Kettensäge ist... Oh, am Sprint. Wo war ich jetzt hin? Da hinten wieder Land. Und dann über den Berg zurück, oder so. Oh, guck mal, hinten sind das Crickets auf der rechten Seite. Im Wasser. Sind das Crickets? Hm. Könnt ihr die sehen? Es sind Crickets. Ja, es sind Crickets. Die, 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 die. Ups. Oh, hier ist ja... Schwimmt tief. Ja. Ich hab mein, äh... Habt ihr, glaub ich, verloren. Die sind ja nicht so schnelle, Wasser, ne? Das ist... Das ist auch sowas. Aber hier können wir immerhin nicht verdursten. Das ist ganz gut. Das stimmt. Und hier ist es irgendwie nicht so tief, dass, äh... Megalodon spawnen können. Und... Sehen tue ich tatsächlich auch keine Blutegel. Also, perfekt. Ne, kein Blutegel. Perfekt. Was ist das? Kettensäge schon wieder hingeblieben? Ne. Kettensäge paddelt einfach mega genüsslich. Ja, ja. Oh, da oben sind ganz viele Vögel. Wo sind wir ja eigentlich? Ziemlich weit im Süden. Mh, das ist schon bald bei der Hälfte. Kettensäge ist ja ganz hinten. Ja, Kettensäge ist eher so ein langsamer Schwimmer, hab ich das Gefühl. Ja, ja, ja. Aber die Folgen einem relativ weit, hab ich das Gefühl. Ja, deshalb hab ich ja die Dings zu nahen gemacht. Mal kurz warten, bis es Kettensäge geschafft hat. Der gibt aber auch alles. So ein braver Begleiter. So ein schönes Tier. Es gibt so einiges weniger Drops, als auf der anderen Map, oder? Hm, ja. Wahrscheinlich die gleiche Anzahl an Drops auf größerer Map. Könnte sein. Boah, sind wir weit in diesem Turm da? Also nah haben wir nicht. Kettensäge ist da. Wir können weitermachen. Schon bei dem zweiten Turm jetzt, ne? Hm. Ähm, das ist nicht schon der dritte Turm? Ne, der zweite. Jetzt haben wir euch die Arme ein Stück grünen getan. Fleisch, Fleisch und Leder. Fleisch und Leder haben sie uns getan. Ich merk schon. Sie erst mal im Essen das Essen weg. Hm. Wir essen aber auch Fleischfresser, also. Also hier werden wir, glaube ich, keinen Wasserfall und einen Fluss finden. Das wird wahrscheinlich auf der anderen Seite sein. Aber hier ist davon ein neuer Papagei. Und hier hängen sie gerade. Hier nun richtig viele Papageien. Essen. Wollt ihr alle ein Papagei haben? Weil hier sind genug. Ich guck mal. Wir sind ziemlich schnell gezähmt. Ja. Wir hätten ein Achter. Alles, was neben dem Level hat, kann abgeschossen werden. Der rote ist 61. Der schwarz-lila ist, äh, 59. Warte. Was, sind Papageien? Ja, so Papageien-Dings-das. Oh, da hinten ist ein Bienen-Pack. Oh ja, die haben gerade. Und? Nee, den Papagei tatsächlich. Ah, okay. Weiter? Mhm. Hast du Papagei? Wie weg da vor dir ist das? Den Itchi wahrscheinlich. Aber die greifen nicht an, habe ich das Gefühl. Also nicht sofort auf jeden Fall. Hier ist irgendwie nichts mit dieser riesen Fläche, ne? Ich würde es nicht drauf anlegen. Doch, die greifen an. Die kommen jetzt. Och, nö. Nee, die hauen wieder ab. Nee, die sind immer noch hinter dem Vier. Tatsächlich, oder? Die wollen noch spielen. Ob sie mir mal weiter, ne? Hm. Ich fürchte, Kirk. Papageien sind leider ziemlich langsam. Hoppala. Getabes. Na, Getabes, Leute. Hm. Da ist eine einsame Insel, ist auch ganz heiß. Da ist eine Ding. Ganz viele Raptoren, links. Links? Raptoren? Ist da... Ja, das ist ein Raptoren-Pack. Oh mein Gott, ist da ein Hoher dabei? Keine Ahnung. Nein, die wollen wir nicht Bolas. Das ist aber viel, als dass wir irgendwie was machen können, glaube ich. Wir haben mega... Ich kann mega viele Bolas herstellen, wenn ihr mir das Leder gibt. 22, 37, 61. Perfekt. Da ist ein Neuer dabei. Ich baue Bolas. Ein Leber. Stein und Stroh brauche ich. Das sind... Sollen wir da zu Fuß dann hingehen? Hier, die unsere Viecher hier parken und dann... Dann brauche ich aber Stroh erst. Ich hoffe mal zur anderen Seite und hole Stroh. Ich baue euch alle Bolas. Ich habe auch noch ein paar. Ja, ich gebe euch alle ganz viele Bolas. Ne, ist es tatsächlich nicht. So viele kriegen wir. Kein Problem. Wiii. Ich hole... Ich bin auch passiv. Ich komme gleich. Bin gleich da. Ich baue euch alle Bolas. Alles passiv und... Ich muss noch ein bisschen schneller hopsen. Jetzt ist aber leider auch noch ein Säbelzahnpack. Ja, wir gucken mal, wie die ziehen können. Ich hole Stroh. Ich hätte noch zwei Bola. Der Agentur ist schon... Stroh, 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 Stroh habe ich nicht im Inventar. Kein Problem. Ich bin gerade zu einem Wald gehabschen. Hacke gerade Stroh. Gerade richtig viel Stroh. Oh. Da kommt einer der Säbelzahn-Säbelzahn-Säbelzahn-Säbelzahn-Säbelzahn-Säbelzahn. Na, ich bin gerade zu einem Baum gehopst. Da unten ist ein Ploppto. Da ist Kettensäge. Klack, klack, klack. Oh. Oh. Schuss, danke. Kettensäge. Oh, ich verhungere schon wieder. Kettensäge, kommst du? Gettensäge. Nice. Ich bin gleich da. Oh, da kommen schon wieder welche. Also. Ja, ich muss noch die Bola spawnen, ne? Bola. Was fehlt mir? Nein, das sind die Säbelzahn-Säbelzahn-Säbelzahn-Säbelzahn-Säbelzah deuxkommens. Scheiße daneben. Ah, der ist Level 6, der hält nix aus. Ah, da seid ihr. Ok, dann brauche ich noch Stein. Äh, Stein nicht mehr mit der Dings, ne? stein 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 kann man kurz jemand helfen mit stein mit was axt so herstellen wohler okay ich kann herstellen acht also mir fehlt dafür faser 60 also habe ich eigentlich auch noch einiges 21 okay dann waren wir mal dankeschön so dann fehlen mir jetzt noch scheine steine die fasern fahrern immer noch faser ich glaube kettensäge hatte ich noch faser ohne habe ich nicht faser fehlen ich kann mich ja dann hole ich stroh weil das fehlt auch noch ich gehe einfach zum strand da mit jawohl fein sein ja gerne gerne so ein bisschen angst hier auch alleine rum zu eiern also stroh und fasern fehlen noch fasern durch sicher und stroh durch spitzhack auf bäume also ich habe jetzt mit 300 geholt ich glaube ich brauche 15 oder so probola jetzt 300 das ist ja schon mal eine menge stroh fehlt noch guck mal was ich gerade herstellen kann bola jetzt scheitert ein stein und ein stroh stein jetzt 500 wo sich säbelzahntiger ist das müssen angreifen wo direkt bei nummer eins zum strand nice ähm bola okay ich tue die einfach mal hier in meinen froggen die bolas und jene durch die raus ja so jeder zehn müsste doch reichen oder für die ganzen raptoren oder scheitert am stroh könnt ihr mir noch stroh organisieren stroh habe ich noch 100 nice okay also einfach aus meinem frosch nehmen oh scheiße ich habe den 61er loktor erledigt ist so schlimm die waren nach oben auch noch oder alle weg kommt ihr zu mir für die bolas und meinem frosch wo lassen wir unsere tiere stehen ich brauche nach stroh also meine hat den habe ich umgelassen weil ich nicht dachte dass sie alle runterkommen ist das problem meiner steht halt noch oben bei euch also da wo ihr auch schon mal ich bin halt mit denen alleine ja wir kommen wieder hoch äh da sind auch fünf bolas drin durch echt alles raus weil ich brauche halt noch stroh ja dann sind auch fünf drin also jeder sollte schon zehn haben der mark hat ja noch keine ich habe genügend ich habe genügend ich hatte selber noch mehr ich kümmer mich eben um noch mehr also jeder sollte zehn haben wir müssen ja echt safe sein das sind ja viele gewesen ich stelle noch her irgendwas greift an das sind die raptoren ach verdammt die sind gerade zu euch gelaufen schade dann müsste die jetzt wohnen ja die sind tot schon weil unsere viecher sind noch nicht passiv gestellt also das dann haben wir jetzt alle raptoren gekillt oder was einer haut noch ab ich weiß nicht was das für ein level ist ja gut also wenn ihr die jetzt noch auf passiv kriegt dann gucken 39er zu euch ja 39er ist jetzt bei euch ja go 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 hola drauf der kermit ist noch nicht ja wir können mit greift an er kann mit uns nicht draufsetzen du musst dich draufsetzen polat nice der kermit greift ja der ist okay egal siehst du schlimm dann jeder von euch hat doch jetzt genug bollas oder sieben habe ich noch immer mit zehn gut denke ich jetzt eben ein raptor abholen und zwar immer noch von bei uns nicht auch noch welche gemacht bevor wir los wollen ich hatte gesagt ich mache mir unterwegs welcher ja okay naja jetzt haben wir auf jeden fall genug bollas falls wir noch mag ich ach quatsch nein wird er nicht die letzten raptoren hier und wir haben jetzt ja alle genug bollas also fürs nächste mal sind wir ja vorbereitet aber noch echt wo hinten sehe ich auch noch was 12 uhr ist seit ihr ihr zwölf wo bist du 12 uhr von was aus ich gucke da hinten und da ist auch ein sie halt nur so ein schitz zähne galli sehe ich nur aber ich kann nicht erkenne ich nicht erkennen dass sie sich nicht einfach mal gucken gehen und doch da oben level 63 an dem berg oben ja ein träumchen und dann müsste eigentlich noch irgendwo einer sollen dann stellt man eure viecher schön auf passiv verhalten passiv okay bollas ausrüsten habe ich ich hoffe ihr habt genug bollas dabei ja mein fröschchen lasse ich mal da stehen okay ready jeden berg hoch machen ja kirk kannst du deinen frosch stehen lassen und auf oder auf passiv stellen oder so also dass halt deine tiere nicht angreifen ich würde zu fuß hoch gehen dann passiert da auch nix oder da ist er ich warte auf euch wo bist du denn berg hoch aber wir laufen noch berg hoch oder meinst du da wo du stehst richtig den berg berg hoch also ach so okay also ich habe nebola ausgerüstet soll ich auch den tiere lieber stehen aber ich komme nicht hoch ja ich kann auch nicht gut hoch ich habe auch die narkose sachen ausgerüstet also ich komme hier nicht hoch ich komme mit der betäubung er kriegt schaden irgendwas greift er noch an oder ich habe einmal angegriffen warte lasst mich betäuben ich habe die stärkere narkose dinge dabei okay nice so dann ja ganz viel ich hab verdammt